Treffen sich zwei Bekannte, sagt der eine zu meiner Teffi der Zigaretta-Lamp hinten. Sagt der, nein, ich rauch nimmer mehr. Sagt der, du rauchst nimmer. Sagt der, ja, wenn ich am Beckenrand sitz, da kann man nicht rauchen. Sagt der, am Beckenrand bist du leicht Bademeister, nicht? Sagt der, nein, eigentlich nicht Frauenwärts.